Liebe Herzberg-Clauzer, wir beschäftigen uns jetzt mit der B64N und dem Verkehr. Auf dem Verkehr der alten B64 und natürlich dann auch auf der neuen. Schauen wir zunächst mal auf die Verkehrsentwicklung. Und wir zeigen hier immer ganz gerne Klarholz, weil wir hier die längste Historie haben. Herzberg sieht eigentlich ähnlich aus, aber hier greifen wir erst so Mitte der 80er Jahre an. Also es gab Gründe, warum man über diese Ortsumgehung oder die Bundesfernstraße gesprochen hat. gesagt, wir hatten stark steigende Verkehrszahlen in den 80er und 90er Jahren. Seitdem ist es aber eigentlich kontinuierlich etwas besser geworden. Jetzt muss man zum Jahr 2021 sagen, da gab es auch sicherlich noch Corona-Effekte. Das ist so, das geben wir offen und ehrlich auch zu. Trotzdem hatte es vor allem eine Riesenauswirkung, dass wir den Lückenschluss der A33 haben. Dass wir eine eigene Autobahnabfahrt in Herzberg-Klarholz haben. Dass das Thema Homeoffice eine ganz andere Dimension angenommen hat und auch das Thema Jobrad. Und wir haben auf einmal auch ein Deutschland-Ticket, was den Nahverkehr angeht. Wir schauen mal dann auf die Prognose oder die Verkehrsuntersuchung 2018 und schauen mal speziell auf die Gildestraße. Da hat man damals 9.000 Fahrzeuge gezählt. Auf der Müllerstraße 8 beispielsweise. Und natürlich klar unbestritten viel Verkehr auf der B64. Und vor allem haben wir die höchsten Zahlen eigentlich hinter der Siewicke-Kreuzung Richtung Räder mit 17.500. Wie soll es denn 2030 aussehen nach Straßenenerbie? Da nimmt der Verkehr nochmal zu. Das glauben wir nicht. Bei der Gildestraße von 9 auf 11.000 und auf der Klauelser Straße, also hinter Siewicke, von 17.500 auf 19.000. Auch auf der Müllerstraße noch eine leichte Zunahme auf 8.500. Was passiert dann, wenn die B64N gebaut werden würde? Dann sieht man erstmal eine deutliche Entlastung auf der B64. Allerdings muss man auch sagen, wir reden hier über 6.500 Fahrzeuge. Das wird immer noch keine Straße sein, wo ich gerne wohnen will und wo ich auch Bobbycar fahren kann. Hinter der Siewicke-Kreuzung haben wir noch 12.500 Fahrzeuge. Also da ist die Entlastung eigentlich auch minimal. Und wir haben auf der Gildestraße überhaupt keine Entlastung. Wir glauben ja nicht an diese 11.000, aber es gibt eigentlich auch keine Entlastung. Das heißt, ich habe durch diese Gildestraße mitten durch Herzebrock eigentlich sogar noch mehr Verkehr als vorher. Das Ganze gilt auch dann für die Möhlerstraße zum Beispiel. Auch hier auch keine Entlastung. Aber ich habe in unmittelbarer Nähe auch von Wohngebieten auf einmal auf der B64N, wie man hier hinten sieht, 14.000 Fahrzeuge. Wenn wir uns das Ganze für die Marienfelderstraße mal in Klauels anschauen, dann gibt es hier auch Parallelen. 2018 hatten wir hier 5.000 Fahrzeuge auf der Marienfelder. Wir hatten natürlich viel Verkehr auf der B64 mit 14.500. Die Prognose sieht noch mal dramatisch aus. Da erwartet man wirklich auf der B64 noch mal 3.000 Fahrzeuge mehr. Das ist nicht unsere Meinung. Auf der Marienfelderstraße passiert nichts. Es bleibt bei 5.000. Jetzt bauen wir die B64N. Dann wird Klauels nach der Methode wirklich dramatisch entlastet. Das halten wir wahrscheinlich für etwas übertrieben. Aber offen und ehrlich, sie wird entlastet werden. Das ist nun mal so. Wir haben aber dann in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten hinten durch unser Naherholungsgebiet 17.000 Fahrzeuge. Und wir haben auf der Marienfelderstraße keine Entlastung. Vielleicht wird sie sogar noch attraktiver, um von dort dann letztendlich wirklich auf die neue B64N zu fahren. Also wir sehen hier weiter 5.000 Fahrzeuge. Das mal so zur Verkehrssituation mit dem speziellen Fokus mal auf die Gildestraße und auf die Marienfelderstraße.